Liebe Trading-Freunde, heute das Video mit diesem automatisierten Tool oder diesem Bot, wie auch immer, der für das Trading, die besten Trading-Indikatoren mehr oder weniger, Strategie-Indikatoren, das müssen wir auch sagen, die Settings-Aussucht, die besten Settings, so jetzt bekomme ich das auch richtig raus, man braucht selber nichts machen, diese Chrome-Extension installiert man einfach nur und der macht das dann in TradingView vollautomatisch, es gibt nur etwas, auf was man achten muss, es kommt aber in den zweiten Teil, ihr wisst ja, ich wurde ja kurzzeitig gebannt von TradingView, weil ich einfach übertrieben habe, ich habe ja fünf Fenster am Laufen gehabt, 17.000, 20.000, 10.000 verschiedene Settings, alles am Laufen und dann hat TradingView gesagt, hey, das ist too much, machen wir nicht, ich zeige euch aber jetzt dann im Screen-Monitoring, wie ihr darauf achten könnt, dass es eben nicht geschieht, das ist mal das Erste, das Zweite ist, für die Leute, die das Tool anwenden wollen, es ist super simpel, ihr werdet das gleich sehen, aber es gibt etwas zu beachten, weil es gibt den Unterschied zwischen Strategie und Indikator, das muss man auch wissen und das funktioniert natürlich nur mit Strategien, dass man natürlich hier auch Ergebnisse bekommt. Gehe ganz kurz hinein, das ist zum Beispiel jetzt so ein Strategie-Indikator, was ich hier habe und wenn man da hinaufschaut, habe ich hier meine wahnsinnig gute, das wurde auch optimiert, von diesem Tool, also ich habe 41% aufs Portfolio mit 3,7%, was nur der Drawdown war, Prozent der Trefferquote 75, kann man gar nicht glauben, richtig gut und das über die letzten 351 Trades. Es ist aber so natürlich, für Leute, die sich vielleicht weniger gut auskennen, muss das hier noch ein bisschen unterschreiben, was ist der Unterschied, wie findet ihr den Unterschied zwischen Indikator und Strategie, wenn ihr hier hineingeht, ihr habt bei manchen Indikatoren, habt ihr rechts dieses Symbol hier, das zeigt einfach, dass es eine Strategie ist und wenn ihr das den Charts hinzufügt, habt ihr dann die Möglichkeit, euch Einstellungen zu machen, wo ihr auch seht, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist und das ist wichtig, dass ihr das eben nutzt und ich hätte gesagt, bevor ich jetzt auch weiter viel herum spreche, ich zeige euch einfach mal, wie das funktioniert, ich zeige euch dann auch ein Ergebnis, in dem Fall wird es nicht genau das Ergebnis sein, was ich auswerte, weil diese Auswertung läuft nach wie vor noch, ich glaube, das wird einfach, weil ich auf sicheren Modus gestellt habe, bis morgen durchlaufen, ich will euch heute das Video geben, aber das, was ich gestern ausgewertet habe, zeige ich euch dann anschließend gleich nach den Settings, wie wertet man aus und wie überträgt man dann eben die ganzen Einstellungen in den Chart, damit man das zum Laufen bringt. So, wir starten jetzt hinein, wie dieses Tool im Detail funktioniert, aber Infos habe ich ja davor eh schon hergegeben, in dem Fall mache ich das gerade jetzt auf meinen Parameter, ich mache das auf einen anderen Laptop, ich habe euch gesagt, deswegen den Bann eben wahr, ich habe aber jetzt eine Lösung gefunden, eben in den Tool, was ich euch gleich zeige, wie man da vorgehen kann, damit das eben nicht passiert oder die Gefahr sehr, sehr stark verringert wird. Wenn man es nicht übertreibt mit fünf Seiten wie ich, dann sollte es auch kein Problem sein. Genau, wie geht man vor? Das kleines Beispiel, ich habe hier jetzt, damit ihr einen kleinen Einblick habt, ich habe hier eine Strategie, die ich schon vorab eingestellt habe, man sieht hier an und für sich 20% aufs Portfolio, über 70% Trefferquote, 10% Drawdown. Der hat mir auf jeden Fall nicht so gefallen, es könnte insgesamt natürlich besser sein, aber vor allem dieser Drawdown sieht nicht ganz so nice aus, gehört vielleicht mal dazu, aber könnte besser sein. Jetzt habe ich den schon mal durch die erste Strategie gejagt, mit einem ganz normalen, also wie soll ich sagen, einem Random, er hat selbst aussuchen dürfen, wie er das alles einstellt, damit er das Perfekt an ihn bekommt. Dass ihr ein kleines Ergebnis seht, ja, das war eben eine alte Strategie. Und wenn ich jetzt anstelle, nach der ersten Optimierung sieht man da gleich die viel bessere Kurve, natürlich hat man Verlusttrades, aber wir haben einen maximalen Drawdown von gerade mal 3,92% und noch mal 3% mehr aufs Portfolio in dem Fall. Genau, ich zeige es jetzt anhand von meinem Indikator. In meinem Indikator ist es ja so, dass ich den hier habe, ich bin ja auf einem Laptop mit einer anderen TradingView Account, deswegen habe ich jetzt Luxalgo nicht darin, funktioniert aber auch mit Luxalgo. Und einfach nur, dass ihr jetzt mal wisst, wie das im Detail vonstatten geht. Wie komme ich am Anfang zu diesem Tool, dass wir das als Chrome-Plugin hier oben haben? Man geht in Google, gibt da jetzt durch TradingView Optimizer ein, oder Strategy Optimizer, dann kommt gleich das Erste, da klicken wir hinauf und dann eben in Chrome hinzufügen. So sieht das hier aus. Kann es auch eben eingeben, der Optimizer TradingView Strategies, ihr findet das dann eh gleich. Und dann hat man das eben darin. Das Zweite, was ihr noch macht, ihr klickt hier dann oben auf dieses kleine Puzzle, und wenn ihr auf dieses Puzzle klickt, müsst ihr unbedingt da eben diese Pin, Nadel anhaken, damit das eben drinnen bleibt. Dann hätten wir mal das. Dann habt ihr das in diesem Chrome-Menü darin. So, wie geht man jetzt vor, dass ich sage, ich möchte jetzt meine Strategie optimieren? Das heißt, man geht hier einfach mal ganz rein. Wenn ihr am Anfang seid, ihr müsst hier unten den Haken anmachen. Was ihr auch nicht darin habt, ist zum Beispiel diese Filter. Gehen wir wieder mal kurz hinein, was sind diese zwei ersten oder wichtigsten Dinge, die wir brauchen, diese Karteikarten? Das Allererste, was wollen wir optimieren? Natürlich in dem Fall den Nettoprofit. Man kann ja alles andere auch machen. Da könnt ihr euch ja mal ein bisschen durchschauen. Sorry, das habe ich das weggekriegt. So, jetzt ist er wieder da. Den Nettoprofit, dann gibt es noch welche Methode? Ich nutze beim allerersten Mal immer Random. Bei der zweiten Optimierung auch Random. Und wenn ich dann bei der zweiten Optimierung, wenn ich ins Feinere hineingehe, bei Random kein besseres Ergebnis habe, gehe ich nochmal auf Sequential. Also das Letzte hier dann nochmal annehmen. So, was machen wir noch? Diese Filter, also das bleibt ja jedem selbst überlassen, welcher Filter er nimmt. Aber man kann ja weitere Filter hinzufügen, kann diese auch wieder löschen. Ich sage aber zum Beispiel, mein Filter, ich möchte mehr, deswegen more, als 70% Percent Profitable All. Das heißt, diese Trefferquote hier soll bei mir über 70% sein. Nur dann bin ich zufrieden. Das Zweite ist, ich möchte Lesser than 5%, in dem Fall Max Trotter. Das heißt, ich möchte, dass mein Drawdown hier nicht mehr als 5% beträgt. Und jetzt hat er eben diese Aufgabe, dass er meine Strategie hier durchgeht. Das geht halt wirklich nur mit Strategiescripts. Und mir raussucht, hey, wie bekomme ich einfach den maximalen Profit mit einem Drawdown unter 5% zusammen. So, jetzt müssen wir aber natürlich irgendwie diese Parameter, da war es ja im, in, in, hier, sorry, hier in diesen, diesen Indikator, beziehungsweise Strategie drinnen ist. Die müssen wir irgendwie hineinbekommen. Das funktioniert dann so. Das heißt, da klickt man hier hinauf, geht auf das zweite Backtesting Parameter, das allererste. Jetzt eine Empfehlung von mir, ich kann nicht sagen, ob es dann wirklich so ist, ja, aber ich habe ja damals 5, ähm, 5, Fenster gleichzeitig offen gehabt, die alle mit 0,25 mit der Standardeinstellung offen waren und eben das gemacht haben, bevor dieser Kurzzeitbahn kam. Ich habe es jetzt einfach auf 0,5 erhöht und lasse auch immer nur eins laufen, um einen möglichen, dieses Suspectious Activity, ähm, Suspectious Activity, glaube ich, so spricht man das aus, eben vorzubeugen, ja, damit ihr nichts sagt. Man kann auch einen Deepbacktest machen, falls das jemand in einer kleineren Timeframe macht, kagt man das an, gibt ein Datum ein, wie weit soll das zurückgemacht werden und fertig, ja. und in seinem Video, ja, in seinem Welcome-Ding, man kann ja das Video anschauen, aber das ist ein bisschen veraltet, ähm, in den neuen Möglichkeiten, in diesen Updates, was es ihm alles gibt, das ist natürlich sehr gut, kann ich einfach sagen, hey, get Parameters, das heißt, ich klicke hier hinein, er sagt dann, ja, ich möchte hier hinein, er holt sich diese Parameters, er lädt das zwar auch runter, ja, das ist aber egal, weil wenn man jetzt nochmal hineingeht, ähm, und sagt, man braucht nichts nochmal hochladen oder ähnliches, ja, das war in der alten Version, man kann das gleich alles hier machen. Ich gehe jetzt hier auf Test Strategy, so, und der sagt jetzt, okay, Default Settings, den wir nehmen hier mit hinein, die ich eben auch eingegeben habe, und dann haben wir hier jetzt mehr oder weniger so ein Excel-Sheet, ja, und jetzt wollen wir natürlich schauen, was kann man hier einstellen. Für mich, ich weiß, was benötige ich jetzt nicht, ja, am Anfang, ich sage es so ehrlich, ich habe hier diese Alarme, ja, die hier auch rausgezogen werden, als Ding, die braucht man natürlich nicht, ähm, das kann man weg, und eben habe ich hier unten noch Prozent, ja, wann nehme ich Take Profit und wie viel Prozent nehme ich daraus raus. Das interessiert mich am Anfang jetzt auch nicht, ja, ich habe hier ganz gute Settings, für mich gesehen, die gefällt mir, ja, und, da möchte ich jetzt wissen, hey, ähm, mit den anderen, die Dinge, was ich hier oben habe, was kann ich noch verbessern, ja, um eben hier noch mehr oder bessere Ergebnisse zu erzielen. So, jetzt habe ich hier, das kann ich auch noch hinausnehmen, jetzt haben wir hier einmal From To, ja, das heißt, was ist dein geringstes, wo wir einsteigen sollen, ja, und wo ist das höchste von den Setting Parameters, was wir hinein sollen, ja, dasselbe auch eben bei diesem zweiten, bei mir Slow Entry, wo ist das geringste, wo hineingehen, und wo ist das höchste, was ein Parameter testen soll, ja, das sind einmal die ersten, das haben wir da drin, eh, dann haben wir noch diese Steps, ja, und er fragt auch, hey, in welchem Step, ja, macht er jetzt immer, bei 1er Step heißt das, er testet einmal die 4, das hat einmal die 5, einmal die 6, einmal die 7, einmal die 8, in dem Fall, das möchte ich natürlich nicht, ich brauche keinen 6er Step, weil ich möchte auch, dass er hier immer 1 weiter testet, ja, dann erhöhen sich hier oben aber auch, die möglichen Anzahl, was er testen kann, dasselbe ist auch bei diesem Slow Entry, ich möchte natürlich auch, dass der nicht immer 10er Sprünge macht, sondern der soll hier wirklich einzelne Sprünge machen, um mir das beste Ergebnis rauszuholen, und so stellt man das dann halt ein, da mache ich auch 1er Sprünge, da weiß ich, da brauche ich keine 1er, da reiche im Prinzip 3er Sprünge, das weiß ich eben jetzt von mir aus, genau, und da gehen wir auch in die Höhe bis, sagen wir mal, 50, ja, wenn das sein sollte, oder sagen wir 45, wenn es sein sollte, ich halte das hier im Kopf, das ist jetzt aber wichtig, ja, damit er das auch so beachtet, in dem Fall, da habe ich hier kleinere Werte, die ich mit hineinnehme, da sage ich, das geht auch bis zu einer 10 hinauf, und eben unten sehr, sehr schmal hinweg, aber da vermute ich, dass wir mit einer 2 auch gut auskommen, dass wir da weg starten, und das passt auch, in dem Fall möchte ich hier aber eine 0,1 Schritt haben, ja, weil wir hier tatsächlich sehr viel rausholen können, mit diesen kleineren Dingen, ja, so, jetzt haben wir auch hier die Prioritäten darin, und auch die Settings, die aktuell eingestellt sind, was ist jetzt noch wichtig, wenn du weißt, ja, in einem Fall, es muss ein Wert kleiner sein, als der andere, ja, dann musst du das hier auch eingeben, ich kann zum Beispiel sagen, Fast 1 weiß ich muss kleiner sein, als Fast 12, das ist noch das nächste, es gibt hier eine Condition, also diese Fast 1, ja, muss kleiner als, und dann gehe ich hier hinein, und sage kleiner als Fast 2, weil meine Fast 2 muss größer sein, als Fast 1, ihr versteht das, ich weiß, ja, Fast 1 muss bei mir kleiner sein, als Fast 2, und genauso ist es beim Fast & Slow Entry, da sage ich dann auch noch, hey, das muss unbedingt kleiner sein, als der Slow Entry, und der Slow Entry muss hier größer sein, als der Fast Entry, ja, dann habe ich das hier auch drin, da unten ist es mir egal, da ist es komplett egal, und jetzt sagt er mir zum Beispiel, das sind alles meine Möglichkeiten, die ich habe, ich kann jetzt natürlich hineingeben, mache alle durch, oder mache, keine Ahnung, 100.000 Tests, das möchte ich aber nicht, in dem Fall weiß ich jetzt, in meinem Fall, weiß ich, ich möchte, als allererstes, was ich testen möchte, ob ich bessere Ergebnisse bekomme, sind eben diese hier oben, Fast & Slow Entry, in 1 Abstand, habe jetzt 6720 Parameter, diese werde ich jetzt eingeben, 6720, und dann klicke ich hier auf Save & Run, ja, und so sieht das jetzt dann aus, wie der eben vorgeht, dass ihr das auch seht, ja, ich habe jetzt Zeit, ich muss das Video dann einmal zwischendurch unterbrechen, wenn das Ergebnis da ist, das wird ein bisschen dauern, werde ich das natürlich auch herzeigen, wie das eben aussieht, aber was macht er jetzt, er versucht jetzt komplett random, weil wir gesagt haben, random, verschiedene Einstellungen, und schaut einfach, wo kriegen wir jetzt den maximalen Netto-Profit hin, und wir bleiben auch unter den 5%, was ich gesagt habe, an den maximal Drawdown, ja, und das ist jetzt bei mir die erste Optimierungsphase, wie gesagt, ein erstes Mal, wenn ihr hineingeht, könnt ihr natürlich komplett random machen, ich mache hier jetzt wirklich nur diese zwei, weil bei mir geht es jetzt schon in die Feinoptimierung hinein, dann schauen wir mal, ob er was schafft, und wenn nicht, dann werde ich das noch mit dem sequentiellen Modus noch einmal durchlaufen lassen, aber ich melde mich, weil das wird ein bisschen dauern, seht, das sind erst 20 von 6.000, das muss ich halt jetzt ein bisschen laufen lassen. So, ich zeige euch jetzt einmal, wie das so aussieht, das ist zwar nicht die Liste, die ich jetzt gerade erstellt habe, aber einfach nur als kleines Beispiel, ihr bekommt ja, automatisch eine Liste downgeloadet, wenn das dann alles abgeschlossen ist, das ist eine CSV-Datei, die habe ich in Google-Tapellen hochgeladen, und da gehe ich jetzt wie folgt vor, das allererste, ich muss jetzt noch einmal hier zurück, was man hier macht, ich muss hier noch einmal, genau hier, so, das allererste, was man mal macht, man geht hier oben hin und markiert einfach mal alle, einen Rechtsklick, und dann sucht man sich hier, Filter erstellen, dann hat nämlich jeder Spalte einen Filter, wo ich dann von A bis Z, beziehungsweise kann ich mir die Höchsten hinaussuchen, aber mir geht es einmal um das, dass ich das nachher filtern kann, das nächste, was ich mache, ich klicke hier auch einmal drauf, und schaue, dass alle markiert sind, mache die Spalten breiter, damit ich sehe, besser genau, was hier oben steht, das zweite, und jetzt, was ich möchte, ich möchte ja nur ein paar Sachen wissen, die mich wirklich interessieren, das sind in dem Fall Netto Profit, das sind profitable Trades, wie viel ich hatte, Profitfaktor ist vielleicht relevant, kann man mit hineinnehmen, aber der maximale Drawdown, den will ich auch drinnen haben, und jetzt haue ich eben alles raus, außer diese vier Dinge am Parameter, und die Settings lasse ich natürlich auftreten, das heißt, das mache ich jetzt ganz kurz mal, das heißt, ich markiere das einfach, und werde diese Spalten dann einzeln löschen, ich brauche nur Netto Profit All, diese wollte ich jetzt nicht so, und ich werde mich dann einfach mal zurückmelden, so, die markiere ich alle, wenn ich das gemacht habe, und zeige euch, wie das aussieht. So, so sieht das dann aus, wenn man alles rausgelöscht hat, was man nicht benötigt, jetzt habe ich wirklich nur Netto Profit, Max Drawdown, Profit Faktor, wie viele Trades habe ich jetzt noch mit hineingenommen, wie viele Prozent waren profitabel insgesamt, ihr seht hier, um die 80 Prozent zum großen Teil, dann kommen eigentlich aber auch schon die Einstellungen des Indikators, damit man die dann auch übernehmen kann, man sieht das hier rechts, wie das eben aussieht. So, wie gehe ich jetzt vor? Ich schaue mir jetzt natürlich einmal an, okay, wo liegen meine, also ich kann einmal den Filter machen, und ich kann einmal von Z bis A oder A bis Z, ich muss jetzt schauen, in dem Fall ist Z bis A wahrscheinlich das Bessere, genau, ich weiß jetzt nicht, warum ich hier oben welche mit 6,77 habe, und danach kommen eben die 40, aber egal, das heißt es für mich, ich markiere mir jetzt auf jeden Fall mal diese, die hier richtig viele Profite haben, so alles mit um die 40, nehme ich jetzt einfach mal mit rein, und ich mache es persönlich so, dass ich sage, ich markiere mir diese jetzt einmal gelb, sieht jetzt natürlich crazy aus, und dann schaue ich mir noch an, okay, wo ist mein Prozent profitabel, beziehungsweise was mir noch wichtiger ist, wo ist mein minimaler Drawdown, das markiere ich mir dann auch noch einmal, mache ich jetzt zum Beispiel in Orange, und dann weiß ich jetzt, okay, ich möchte den minimalsten Drawdown haben, schauen wir mal, ob wir das hier filtern können, von Z bis A, das ist zu hoch, ich möchte A bis Z, 4,1%, dann scrolle ich einfach so weit runter, dass ich sage, hey, hier habe ich meine 40%, Trades, 46%, noch einmal schauen wir mal weiter runter da, das sieht gut aus, hier habe ich 40% Trades, mit 5,92 Drawdown, das sieht einmal alles akzeptabel aus, man kann natürlich schauen, ob man noch ein bisschen was besseres findet, aber ich vermute, wenn ich jetzt weiter hinauf gehe, wo wir unter 5% haben, da komme ich mit den Prozenten eigentlich gar nicht hin, hier sind noch ein paar, nein, das sind 10%, die interessieren mich schon wieder nicht, genau, das heißt, hier ist meine Range, das heißt, da kann ich jetzt nochmal rausfiltern, aus diesem Bereich, was sagt mir am besten zu, wo sind die Einschwingungen, ein bisschen unterschiedlich, aber da tut sich eigentlich nicht wirklich viel, man sieht das schon, waren so kleine Settings, die ausprobiert wurden, und das heißt, in anderen Fall, das heißt, in dem Fall, mache ich jetzt einfach mal kurz, dass ich hier alles rauslösche, was mich eben nicht interessiert, da gehe ich bis rauf, und lösche das einfach nur mal für mich aus, sage jetzt hier, diese ausgewählten Zeilen löschen, und jetzt habe ich eigentlich, wenn ich rauf scrolle, hier stehen, wie geht es vor, was ist hier eben wirklich der Unterschied, und ich kann jetzt wirklich ein bisschen filtern, wie viele Prozent abel sind wir, 71,43, 72, sieht gut aus, wir haben trotzdem noch einen geringen Drawdown, das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel so ideal, sage ich mal, im Durchschnitt, markiere mir das mal grün, so mache ich das, kann natürlich jeder machen, wie er möchte, und dann kann man sich anschauen, wie waren die Einstellungen hier, was hat sich hier getan, und was muss ich hier einstellen, bei meinen Take Profits, was muss ich hier einstellen, bei meinen anderen Settings, und so übertrage ich das dann eben in die Liste, also so seht ihr das jetzt auch mal, wie das funktioniert, und wenn man sich vorstellt, dass man diese 500 Mal, was man nicht hat, oder vielleicht 6.000 Mal, wie auch immer, 5.000 Mal, selbst manuell machen muss, ist das schon sehr, sehr ideal, wenn das jemand anderer macht, oder dieser Bot macht. Genau diese Einstellung, habe ich jetzt zweimal, nein, Entschuldigung, das war ein drittes Mal durchlaufen lassen, die aktuell ist gerade noch am Laufen, diese Rune, diese weitere, habe ich am Anfang des Videos gesagt, aber das wird wahrscheinlich bis morgen dauern, deswegen habe ich euch jetzt einfach nur mal das gezeigt, was ich schon machen konnte, ich konnte mehr Prozent rausholen, und habe einfach mal fast 7% weniger Drawdown, das ist schon einiges, und wie geht man jetzt vor, vielleicht nochmal als ganz kleinen Abschluss, damit ihr euch das merkt, das erste ist das Random, was wir nehmen, random, ganz grob eingestellt, wir machen einfach random, große grobe Einstellung, auch da gehe ich noch mal ganz kurz im Chart hinein, das heißt, klicken wir hier hinein, random, sagen einfach, was unsere Settings sind, was wir wollen, machen random, damit ihr wirklich einfach durchprobiert, was geht, dass es komplett egal ist, was geschieht, was passiert, sondern einfach nur wirklich mal durchtesten, was möglich ist, und wenn man dann die Parameter hat, so wie ich es euch gezeigt habe, und es ist schon etwas besser, kann man diese Vorgaben geben, und nur noch vereinzelte Parameter, eventuell noch einmal random durchsenden, oder, dann in sequential, da ist es nämlich so, dass er das einfach Schritt für Schritt durchgeht, und versucht, nicht jetzt so irgendwie, komplett kreuz und quer, sondern er macht das wirklich nach System, und geht das nochmal durch, und so habe ich eigentlich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt, und konnte eben auch das jetzt nochmal erzielen, und auch mein Abt-Ding, also Abt ist sehr gut aufgebaut, ich möchte das jetzt auch alles in Lux-Algo anwenden, und dann einfach schauen, wie ich so die besten Strategien rausholen kann, ja, ansonsten, vielen lieben Dank fürs Zusehen, ich hoffe, es sind alle Fragen beantwortet, wenn nicht, kommt ihr in die Gruppe, stellt das in der Gruppe nochmal, die Fragen, ich beantworte euch da alles, Link dazu ist in der Video beschrieben, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao,